So, jetzt mach ich an. Jetzt läuft das hier. Jetzt läuft für mich alles. Ja, hab ich angestupst. Alles anmachen hier und dann läuft das hier auch. Aktueller Song kann nicht abgespielt werden. Stark Spotify. Läuft. Dann noch mal neu. So sieht es so gut aus. Jetzt passt alles zusammen. Alles gut. Hallo. Hallo. Alter, Yoshi, wie kannst du nur... Oh, 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 oh. Jetzt musst du offline gehen, Arschloch. Und er geht einfach schon auf den Server drauf. Ja, ich bin ja auch schon drauf. Hallo. Sein Name ist Callum Lynch. Nein, oh jeden Tag. Oh mein Gott. Was soll denn die Scheiße? Wieso läuft denn die Werbung, obwohl ich sie... Ich glaube, Ihnen ist groß ist gestimmt. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso schreist du so rum? Wieso schreist du so rum? Da hast du hier die Frage. Die Mutter schreist du so rum, Alter. Warte. Xbox jetzt hat die Schnauze hier. Nein! Xbox, cool. Da hab ich den 7 geschrieben. Ach, boah. Warte. Hier ist eine Waffe. Eine richtige? Und hier ist die Weste. Hab ich schon. So, jetzt ist es geändert. Es ist anders, Junge. Warte, ich hab... Danke, dass du mich drauf hingewiesen hast. Tada. So. Oh, hier ist ein PdW. Aber hier ist... Alter, hast du nicht den Helm gesehen? Jetzt... Jetzt... Ich kann... Ich kann... Ey, wir haben den Stein hier rausgenommen. Wer ist denn hier so geistig überbelichtet? Hallo? Was für den Stein gepackt? Der Stein ist hier oben. Komm, woher? Ja, für dich. Ja. 11,6. Finde ich gut. Finde ich gut. Lidi, ich glaub du warst ja... Ey, wir haben Schweine. Wir haben Schweine. Wir haben Schweine. Du warst ja gestern nicht da. Das hat sich so etwas getan. Ey, das ist eine blaue Kuh. Ne blaue Kuh. Ja. Fick es auf. Guck mal! Die ist nicht blau bei mir. Die ist so... Flut... Ah, das ist ein Fl... Weizenbläu. What? Geschmolzenes Glas. What the fuck? Was ist das? Ich weiß es nicht. Was? Ach, und? Was ist das hier? Das ist gar kein Schwein, merke ich gerade. Ne, das ist eine Kuh. Was hat die denn? Weiß es nicht. Das ist Schweineisen. Ne, war das Silvestergranate oder was? Mika. Was? War das gerade eine Silvestergranate bei dir? Nein? Ja. Das war... Das war... Das war ein Polenbeider. Ich hab gefürzt. Was? Hast du echt gefürzt? Kein Kommentar. Den hab ich ja wirklich gehört. Was? Hast du... Warte mal... Hast du schon einen? Also... Ich hab schon einen. Ich hab aber auch gleich wieder Bock mit zu spielen. Ja, aber es ist... Es besteht ja nicht daraus sich jetzt hier zu betteln, ja? Nika, ich hab nicht mehr viel lesen. Betteln? Okay. Nein! Du zwei Spasti, Alter. Wie war das mit Nicht-Träumen, oder? Ja, okay. Hast recht. Er ist heute Abend wieder. Äh, wo, Yannick? Wo? Bei der Kirche. Ist daneben so ein Haus. Nein! Daneben sind viele Leute. Auf... Warte, geh auf die Kirche zu. Wenn du auch mal auf die Kirche zuguckst, auf der Rechtsseite an dem Haus. Bei irgendeiner Ecke liegt der. So. Brauch essen. Dürfen wir ja inzwischen genug haben. Ich kümmere mich jetzt mal um die Farm. Wir müssen jetzt nämlich hier gucken. Irgendwie sehen wir... Wenn ich auf die Zulauf... Rechts davon an dem Haus. Da an der hinteren linken Ecke. Ah, da, ja. Das ausreicht, ich hoffe jetzt einfach mal. Gute Beschreibung, Mann. Ja. So, ich... Ja, ich hab's dann. Du kannst ja leider auf dem Stream von gestern nicht nochmal angucken. Nee, war nicht schlecht. Beziehungsweise mal kurz reinlonsen, weil... Es da ein Problem mit dem Speichern gab. Deswegen gibt's den leider nicht. Yoshi. Ja. Wir haben nur Uzi. Bisschen Uzi. Warte, wir haben noch Cobblestone, oder? Ja, ja. Und was? Ey. Nur noch die da. Cobblestone haben wir nicht. Ist aus. Ist ja eigentlich ziemlich wenig, was wir hier haben. Alter. Nice. Ich hab eigentlich auch gedacht, dass man mehr Cobblestone kriegen würde. Aber... Mehr als 64 Stacks ist leider nicht drin. Für mehr als 64 Stacks. Das dürften ja eigentlich... Ja, gut. Digga, ich find nur schon was PDWs. Ne, jetzt können wir keine Muni mehr mit. Hm. Ja. Ja. Lass ihn noch ein bisschen weiter automatisieren am Ende. Mal gucken, wie teuer die ganzen Sachen von Dings sind von Mindfactory Reloaded. Was? 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 Warte mal. Das muss ich jetzt nachgucken. Für den Sonntag. Warte mal. Videos. Ach, denn... Man kann sich jetzt sogar schon angucken, was wir bis jetzt gemacht haben, Alter. What the fuck? Ey, wir müssen nicht sterben. Was meinst du? Für den Sonntag? Warte mal was. Wie solltest du sterben? Ich bin gegen eine Mauer gelaufen. Ich bugge jetzt. Für den Sonntag war der 18. Oh. Das hätt ich echt die 4 Stunden und 18 Minuten angeguckt, Alter. Was? Sein Ernst? Also... Alter. Ich hab jetzt nicht vollständig... Voll... Also ist krass. Das hätt ich... Das hätt ich jetzt echt gedacht. Holy shit. Das ist echt... Vor allem, dass man sich uns so lange angucken kann. Das versteht man gar nicht. Für uns bin der Traumos. Bin ich auch nicht. Holy shit. Ja, bei dir würde man nie wieder direkt wegschalten, Tim. Ja, würd ich jetzt sagen. Genau wie bei Jonas. Aber ich find's schonmal gut. Durch diesen Ansturm, den ich hatte letztes Mal mit den 33 Zuschauern... Bist du ganz schön Fame geworden, ja, ja. Nee. Auf mich wird geschossen, Janik. Janik, auf mich wird geschossen. Kann man jetzt die Qualität des Streams... In der Schule war mir langweilig, okay. Kann man jetzt die Qualität des Streams einstellen? Also... Janik? Ja, ich weiß noch, wo... Von Richtung Leuchtturm da... Das ist ganz cool. Weil dann können nämlich auch Leute nicht so schnell im Internet jetzt auch mal reingucken. Ja, das ist ganz cool. Und müssen nicht immer mit Quelle gucken. Genau, die einfach nur unsere pornographischen Stimmen hören wollen, Leute, ja. Ja, und so richtig... Nein, das ist noch nicht. Es geht noch viel weiter nach hinten weg, also... Ich will ein bisschen was kommen. Eigentlich hält der gar keinen Bock drauf. Ich lock mich jetzt einfach aus. Müssen wir mal gucken. Wir können nämlich hier mit Magic Crops können wir... Keine Lust zu sterben. Ja, dann lass mal auf. Ja, dann lass mal auf. Ja, dann lass mal auf. Dann können wir so... Ähm... Ach tschüss. Seeds herstellen, womit wir dann zum Beispiel Diamanten und alles machen können. Aber... Ja, kann man irgendwie auch Erd oder so dann damit machen, weil... Ja, kann man auch. Ja, ja. Klar. Das sind sowieso die Ersten. Ähm... Wie schon gesagt, dann müssen wir es aber so machen. Ich weiß nicht mehr, wie das war... Äh... Ich weiß nicht mehr, wie das war mit... Ähm... Mit irgendwas konnte man die verdoppeln. Ich wusste nicht mehr, was das war. Wie man diese Seeds verdoppeln konnte. Ach, dafür hast du also Clean Zone gemacht, ja. Weiß ich auch noch nicht. Also du guckst grad den Stream wieder nebenbei, oder was? Ja, ja. Auf dem zweiten Bildschirm. Ähm... Ja, wie schon gesagt, also ich wollte auch mal ein bisschen was hochladen. Äh... Auf YouTube. Und das Problem ist, ähm... Dass Twitch ein bisschen strikter noch ist als YouTube, was die Musik angeht. Bei Twitch wird noch schneller was rausgeschnitten als bei YouTube. Und ich kann das ja nur von Twitch hochladen. Heißt, ich muss hier jetzt noch mehr aufpassen als bei dem anderen. Deswegen benutze ich jetzt momentan nur... Nicht-Gamer-Mucke, von der ich weiß, dass sie auf YouTube nicht gesperrt ist. Also auf jeden Fall nicht gesperrt ist. Und jetzt guck ich dann erstmal nach. Ich hab das normale Minecraft gestartet. Stark. Ich bin dir und... Dummer Junge. Deswegen müssen wir da erstmal gucken. Ähm, was muss ich machen? Genau, ich wollte Holz holen. Und ich hab hier ja mal kein Ding an. Haben wir ja fast gar keins mehr, nicht? Nee, ich seh auch gar nicht. Nee. Es ist ein bisschen knapp geworden. Im Ernst jetzt? Nein. Wir haben noch irgendwie drei oder vier Stacks. Wir hatten mal elf. Ja, wir haben auch nicht mehr so regelmäßig... Wo ist das Geld? Ach, das warst du. Okay, Carmen. Ja, ich hab auch Holz benutzt, um Kohle zu machen. Wir müssen uns noch was für die Ecken überlegen. Ob wir da jetzt auch Holz reinmachen, oder ob wir da was anderes reinmachen. Leute? Ja? Alles? Tim? Wenn... Ähm... Ihr gleich kein Ding jetzt mehr spielt, ne? Minecraft? Oder nachher oder sowas? Das kann ich dir zu einer sehr geringen Chance nur garantieren. Was? Dass wir nachher kein Minecraft mehr spielen. Warte mal, also du sagst, dass du jetzt die ganze Zeit Minecraft spielst? Wir haben gestern auch fünf Stunden lang fast nur Minecraft streamed. Ja, gut. Aber irgendwann hört ihr ja auch Minecraft zu spielen. Ja. Ja. Ja, dann so um 12 Uhr, wenn wir dann durch sind. Okay. Wenn du durch bist. Dann? Nee, also pass auf, die Sache ist einfach... Wir hatten jetzt die letzten Tage so viel Spaß da dran, dass wir tatsächlich... Also zumindest ich bin einer... Bin da... Ich hab grad so Bock auf dieses Spiel. Das ist der Wahnsinn. Hallo! Jenny! Ja? Guten Tag! Ja, der ist manchmal stumm... Äh, stimmt. Stumm. Ich will ja gucken... Ich find das halt... Ähm... Ich find das halt... Nicht so geil, weil zum Beispiel... Ich weiß gar nicht welcher Stream das war. Ähm... Müsste einer der ersten... Nee, das war sogar der erste, den wir gemacht haben. Zum Beispiel da war so eine entscheidende Szene, wo es mega lustig war. Die... Da hatten wir einfach keinen Ton. Das... War ich ein bisschen schade. Deswegen probier ich es jetzt erstmal heute so. Also müssen wir heute... Ach, das ist mit Nikas Kopf. Meinst du das? Ja, genau. Das zweite Problem mit dieser Komische, die ja immer noch auf hat. Dieses... Komische Hand, Alter. Ähm... Da war halt echt... Nee, da konnte ich echt nicht mehr. Und es war halt schade, dass diese Situation halt so gesehen rausgecuttet war. Und deswegen hab ich mir erstmal gesagt, ich probier es heute mal so aus. Also heute leider keine Musikwünsche. Ähm... Da... Gucke ich dann erstmal, wie das jetzt mit dem abläuft. Und dann... Können wir mal gucken. Also ich werd das... Ich werd das auch nicht immer machen, dass ich immer was für YouTube mache. Aber heute wollte ich einfach mal ein bisschen was hier für YouTube machen. Und da deswegen... So, wir können die Moorrüben theoretisch mal hier auf das komplette ausbauen. Aber du kannst auch rechtsklicken. Klick... Ähm... Mach mal rechtsklick auf die. Ne, nicht mit dem Feuerzeug. Ja. Ähm... Feuern siehst du? Dann pflanzen die sich direkt wieder neu. Ist ja... Tolerig. Ja, hier drüben kommen andere hin. Ich mach jetzt mal alle weg. So... Oh no... Faded... Er... Sag's ihm mit rechtsklicken, selber machst du mit Linksklick. Stimmt... Warte mal... Mach's ganz kurz einmal hin. Junge... Er hat mir jetzt... Fag ich dann auch gleich in die Playlist mit. Einmal mal... Faded... Ne, Yoshi hat dir das ja erzählt und macht selber mit... Mach dasselbe mit Linksklick. Ja, weil... Ne, ich hab das jetzt ganz abgebaut, weil hier was anderes dann hinkommt. Aber wir werden noch mehr da aufbauen. Ja... Klar... Haha... Okay... Sollte ihr müsst euch jetzt mal einführen. Dich einführen? Woran soll man dich denn einführen? Ja... Ja... In den Mod... Yoshi... Ich hab... Also... So... Wie... Wie bekommt man jetzt so gesehen ganz schnell Erde? Ähm... Können wir mal ganz kurz gucken. Wir müssen das sowieso machen. Mal... 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 Hast du genug Erde dafür? Ich hab überhaupt keine Erde. Haben wir Seeds? Normale Seeds? Ja, haben wir. Achso, die Seeds kann man dann doppeln so gesehen. Ja... Pass auf, ich baue jetzt erstmal nochmal, damit wir später noch mehr Seeds haben, baue ich jetzt mit Weizen nochmal an. Und damit wir später... Ja, ich... Ich verdoppel... Ich hab Faded im Szenen hinzugefügt. Wie war denn euer Tag heute überhaupt? Also jetzt an die Leute, die im Stream sind und zugucken und an euch... LOL... WTF? Was war das denn? Was war das denn? Alter, ich hatte grad Junkfehler, ne? Ich hab oben die Monsterfarben gesehen, da stehen 20.000 Monster, Alter. Ja, wir können doch mal gucken. Wir können auch Ventilatoren da später ranbauen, die die runterblasen. Blasen... Alter, wer hat mich gekillt! Du bist einfach tot umgefallen. Das ist kein Spaß, kannst du bestimmt gucken. Ja, tatsächlich nicht. So, warte mal her... Er denn...